Also, der kleiner Fehler, Rübel ist aus dem Tor, seine Matsklasse, Kiel in der Mitte! Stimmung auf Knopfdruck! 83 Sekunden! Fehler im Aufbau, und dann zieht Stuttgart, blitzeblank hinten! Wagnermann ist weit weg, Sané mit Übersicht, Cain drückt ihn drüber, sein 19. Saisontor! Beziehungsweise von Fabio... Und die ersten! Und die Bayern führen mit 2 zu 0! B.J. Kim! So sind sie! Gebaut für Momente! Aber irgendwas ist da? Ich glaube, das Tor wird gecheckt werden! Die Bayern total ruhig, total fokussiert! Und jetzt Müller! Mit dem 2 zu 0! Voller Angebung war für mich Kim! Super vorgedeckt! Super in den Ball reingegangen! Und damit genau die Unordnung in der Stuttgarter Abwehr komplett ausgenutzt! Und Müller! Das war ein typischer Müller! Gerochen, was passiert! Dann den Winkel, den Schusswinkel nochmal verkleinert eigentlich! Aber wie mein alter Trainer Rolf Schauschal schon gesagt hat, flach in die lange Ecke! Verdienst am meisten Geld mit! Wie wichtig ist Müller? Sehr! Ja! Dein Abseits! Zweite Saison-Tor! Tor für den FC Bayern! Der Hochzeit Nummer 25, Nobana Nuri! Thomas! 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 im Bereich des Schausses! Warnung! Freistoß für die Bayern! Pablovic, selbstverständlich! Zweimal stehen in der Luft! Fahne bleibt unten! Ich bin jetzt vorsichtig! Ich bin vorsichtig, ehrlich! Die Spiele ist in Musik, die Orgel ist an, aber das heißt erstmal nichts, die war schon zweimal an! Also beim Schiedsrichter ist Waldemar, wird es aufgestützt, aber bei Stineck ging sofort die Hand ans Ohr, ja, da geht es dann um Aufgestützung. Kane hätte es gemacht, wenn der Treffer den zählt. Hier, Kim gegen Karasor, das ist die gemacht. Ich glaube sogar Karasor legt den Ball, glaube ich, auch vor. Jetzt aber, eben der Sitzung, jetzt aber, also so weit waren wir noch nicht. Pavlovich, klar. Gefährlich! Tor, Tor! 3-0. Deckel drauf! Und tschüss! Und wer hat es vorbereitet? Pavlovich! Ja, Pavlovich ist dann der letzte. Ich hoffe mal, kommt Kim. Mal gucken, wenn sie es toll geben.